Was ist Luxus für dich? Für mich Luxus ist die Zeit, die ich für mich habe. Die Zeit, um alleine zu sein, um mich zu erholen, mich zu entspannen. Und das mache ich natürlich für mich selber, aber auch für meine Augen. Ich nehme mir fünf Minuten Zeit um Wohlbefinden für meine Augen mit der Similasan Blefacura Maske. Und was machst du für deine Augen? Und was machst du für deine Augen?